noch weil er ist halt relativ groß ist nach der schicht zu groß so weiter und dann setzt werden mein gott wird man hier ressourcen kriegt für ein bisschen dumme arbeit ja das können wir gebrauchen den stein ja ich weiß ja am besten ist ein bisschen tiefer ansetzen eigentlich dann müssen wir oben nicht mehr so viel auffüllen ich bin ja meinung moment hast du die fackeln jetzt schon wieder gebaut oben und so sind auch die alten jetzt die alten jetzt zu vollfüllen mit erde oder was vollfüllen mit erde ich soll jetzt nicht auffüllen ich will das nicht komplett auffüllen nur da wo der sagen das ding ist ich zähl mal wie hoch das ding wie viele kästchen ich will auch nicht die komplette breite auffüllen nach oben sondern ab dem ab der ebene wo ich jetzt geberatet habe soll nur noch der totenkopf raus gucken und der sonstige berg so bleiben wie er ist 36 von oben nach unten was mir überhaupt zugehört ja wie breit ist es dann brauche ich nichts mit erde ausfüllen alles darüber wo das ding ist da kommt cobblestone in blödsinn guter stein natürlich und 25 ok 25 kann schon mal die mitte von 25 raussuchen 12,5 also der dreizehnte stein moment ich brenn hier gerade eine runde mach du mal sonst mach ich das hier sind aber echt viele dinger willst man eben kurz pennen gehen ja und so oh gott tür aufgelassen und schlafen so das wäre erledigt so fangen wir mal wieder ein paar Mäumchen wahrscheinlich geht er jetzt mit der Leiter nicht so wovon sollte ich jetzt die Mitte raussuchen von 25 das wäre 13 Kästchen was ist denn 25 25 25 ist die Breite die Höhe ist die Breite deines Viehs oder das ist die Breite die Breite die 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 Endermen sterben auch am Tag interessant ähm die Breite von der Weiße von der Schläfe wenn du weißt was die Schläfe ist ich hoffe du weißt es äh ja weißt du dann der breiteste Teil der Schädelzeit ok und was bringt mir das jetzt ehrlich gesagt zu wissen damit wir den ungefähr in der Mitte platzieren oder da wo du begradigt hast oder wo sowas dann muss ich jetzt also die Breite meiner Begradigung nachrechnen also nachzellen ähm ja wie du willst wir können ihn auch einfach da irgendwo reinbauen und dann machen wir das eher am Ende wieder anders mir ist das scheißegal nur ungefähr die Mitte 25 ist doch meine ist meine Beratigung hier breit lol genau ist ja nice 1 2 3 4 ist natürlich geil genau passen ja 25 ja gut dann findest du den 13 dann haben wir es schon so breit wird das Ding auch sein dann nice da ist der genau rein hab ich natürlich auch mit berechnet alles ja selbstverständlich was anderes hab ich von dir auch nicht erwartet ja ich hab das vorher abgezählt so kam's dann raus so so ich hasse große Bäume am Farm so ich glaub das könnte aber ganz cool nachher aus dem Mund sagen ja ich glaub auch der Mittelpunkt ist jetzt gezeichnet sehr gut sehr gut jetzt kannst du ja mal die Höhe einfallen lassen welche Höhe ist das bei dir sagst du? achso ähm die Höhe ist von unten bis zum untersten Teil des Kindes bis oben Kopf 36 verdammt das hätte ich vorher wissen müssen hätte ich zugehört hätte ich es gewusst ich weiß hättest du mal zugehört hättest du mal zugehört ich sag's dir doch immer man 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 hm mhm Gesundheit vielen Dank hier liegt ein blauer Pilz ah ne lol da lag grad ne ein Enderpearl unter dem Baum und ich dachte die wachsen jetzt blaue Pilze wer hat denn hier wieder einen Baum halb gefällt oh man entweder ganz stehen lassen oder weg machen ja seh ich genauso ich mach da halt immer ganz weg normalerweise nicht immer stehen lassen oh mein Gott ich lass sie nicht nein ich lass die ganz dann stehen und ich hol mir auch nicht die unteren Teile nur an achso ganz oder gar nicht naja zumindest geben sie immer relativ viel Holz so sagen wir man würde hier starten vielleicht überragt der Kopf wahrscheinlich noch den Berg sieht aber auch glaube ich da nicht unbedingt schlecht aus ok höher als erwartet du wolltest einen größeren Schäden ja ja ist auch geil auf jeden Fall fucking awesome um genau zu sein jetzt weiß ich noch nicht so ganz wie ich hier wieder wegkomm aber ich schaff es das schaue ich mir jetzt nochmal aus der Ferne an mhm mhm ach man ich glaube ich mach mir nachher wieder irgendwann werde ich wieder so eine Birkenholzfarme bauen will die immer schön klein bleiben geben keinem auf den Sack so jetzt habe ich anderthalb Stacks meins hat reicht für Leitern doch bestimmt ja ich denke auch ich glaube wir werden eine Menge guten Steine benötigen mhm das glaube ich allerdings auch das glaube ich allerdings auch auf den schreck erstmal ein Steak Minecraft has run out of memory das selber läuft noch das war jetzt please restart the game hat er einen Ramp voll gemacht genau jetzt befickt auch noch Minecraft hier mein spiel im npc oder was am Arsch zeh ja noch nie wie ging nochmal Leitern mit Sticks ne ja mit Sticks und zwar ganz links ganz links ganz rechts ja genau alles klar zwei Stacks Leitern ich hoffe das reicht das wäre dann wohl schon cool ich bin mal gespannt ach ich darf da nicht rüber laufen ne na egal so du siehst den Cobblestone da mhm von da ist das der unterste Punkt und der mittigste genau und zwar 36 Blöcke hoch schauen wir mal was Jay draus macht sehr schön hat er schon mal wieder sehr gut angefangen nice jetzt streckt das Skelett mir nachher die Zunge raus natürlich das war so klasse du weißt schon wenn du Shift gedrückt hättest ne dann fällst du nicht von Leitern achja außer man stellt sich dumm an man stellt sich dumm an das ist nicht witzig das ist doch witzig aber musst du dich jetzt doch hochbauen na das ging nicht wegen Cobblestone da drin ach so jetzt kann ich sogar loslassen von der Tastatur ist das nicht awesome? das ist fucking awesome ok 4 nach links einen hast du schon 1 2 3 4 da so jetzt kann ich das natürlich nicht bauen so dann wieder z äh so und so dann Moment was haben wir denn jetzt ich hab die 4 nach links dann hab ich einen nach oben einen nach links einen nach oben einer links richtig? genau das ist aktuell dein Stand dann da hin da nein verdammt da hin dann oh mein Gott oh mein Gott oh man was tue ich mir hier nur an wow das war knapp das war knapp irgendwie ist kein angst hier ich stell mich einfach nur dumm an leitern sind tricky die müssen wir bei der adventure map auch voll häufig von leiter zu leiter springen und so das ist echt boah oder warum machst warum baust du denn nicht und ich weil du gerade den Plan hast mhm ich als Arbeiterbine da schon ... Oh Mann ey war grade ich da boah leckt mich am arsch nein danke ich mach mal eben fest dazu das geht nicht das heißt in new york wäre die stadt die niemals schläft aber ich fürchte auf köln trifft das gleiche zu muss ich auch gestern erfahren vorgestern gestern laut nö bin ja budapest gewohnt so jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr wo ich war sag mal kurz nachdem ich diese lange gerade nach oben hatte zwei nach links zwei nach oben ja quasi ein schräg nach oben und dann nach oben genau dann nix mehr schon das abendet dann nichts mehr ist klar oh mein gott ich bin wieder daneben gesprungen dann kommen jetzt alter so das ist nicht schön okay wo war ich jetzt zwei schräg die oder okay Ich hätte dir vorher guten Stein geben sollen. Moment, es ist Nacht. So. Wo ist jetzt das Problem, wenn es Nacht ist? Ich habe Angst. Ach so. Wenn ich auf einmal einen Creeper neben mir steht und Kennys Sachen zerstört. Ach, da sind gerade Zombies gespawnt. Fall mal besser nicht runter. Warum sagst du das denn extra? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ihr macht die mal platter. Okay. Na, hallo Zombie. Ich will aber nicht deine Sachen alle aufnehmen. Liegen die da alle rum? Naja, hier liegen ein paar Sachen von dir rum. Dann geh da nicht hin. Du musst ja nur die Ablenkung starten. Toll, das Wichtigste liegt wahrscheinlich da nach oben. Oder ganz unten. Na, nein. Wasser ist, glaube ich, nichts gefallen. Doch. Echt auch. Cool, dass ich auch deine Erfahrungen klauen kann. So gut hätte ich das. Da hat da nicht mal Level angezeigt werden. Oh Mann. Leck mich am Arsch. Das ist echt ungefährlich, äh, gefährlich, was ich mir da gebaut habe. Wofür kam ich eigentlich auf die glorreiche Idee, Leitern zu bauen, wenn ich die jetzt nicht nutze? Ja, das weiß ich auch nicht. Du wirst mich jetzt hassen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich hab schon so viele Leiter verbaut. Kann ja nicht sein. Schon mehr als ein Stack. Passt das? Weiß ich nicht. Ich bin nur gerade noch ein bisschen verwirrt, weil der Kopf eigentlich neun Felder breit ist bei deiner Zeichnung, aber das sieht nicht so aus, als wird das noch funktionieren. Echt nicht. Das wäre aber öde. Dann noch. Boah. Ich mach's schon mal realistischer, ne? Moment. Moment, wie viele Treppen habe ich jetzt hier? Ich darf haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn natürlich. Ich habe jetzt hochgebaut. Habe ich verhindern, eins zu hoch gebaut? Ne. Ja, weil du jetzt gerade über einen Steinblock drüber fährst, drüber laufen musst. Ja, ich baue ja aber trotzdem in derselben Ebene. Wie der Block. Okay. Ich komme mal hin nach unten. Muss ja jetzt von da ausbauen. Alter, was machen wir uns da für eine Arbeit. Von das Aufbauen. Das ist ja nur der Umriss malen. Ja, aber ich glaube, das ist dann schon viel wert, wenn man den hat. Wenn der denn dann auch aussieht. Oh, mal kurz erschrocken. Natürlich nicht. Okay, fehlen echt ein paar Leiter, glaube ich. Na ja. Ähm, eins, zwei, drei, vier. So, da unten sollten jetzt keine Zombies mehr spawnen, so weit, so gut. Du müsstest jetzt nach oben gehen. Noch einen, ne? Ja. Jetzt noch schräg oben rechts. Noch einen. Jetzt noch schräg oben rechts. Zwei. Jetzt noch schräg oben rechts ein. Jetzt noch schräg oben rechts zwei. Nope. No, 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 no. Der ist nicht richtig. Über dir muss jetzt, also da, wo du jetzt stehst, müsst du noch einen hin. Genau. Und jetzt noch schräg oben rechts. Äh, den langen Gang nach oben. Wo mal, warte mal kurz. Schon richtig. Glaube ich. Du siehst es. Das sind aber nicht 25 breit. Du hast irgendwas anders gemacht. Okay, von der Mitte ausgehend gehe ich vier nach links. Äh, rechts. Richtig. Ja, und dann hast du irgendwas, dann hast du irgendwas anders gemacht. Schon wieder runs out of memory. Alter, was sagt der mir denn? This could be caused by a bug in this game. Hammer. Ja, du bist ein zu weit nach rechts gegangen. Wo denn? Leider schon früh. Hammer. Und zwar bei der ersten Kurve. Und zwar bei der ersten Kurve. Was ist die Mitte? Das hier ist die Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Und zwar hier schon. Der müsste nämlich da sein. Ja. So, jetzt könnt ihr natürlich die allein sammeln. So. Dann einen nach rechts. Ja, einen da drüber. Einen nach oben. Einen nach rechts. Und jetzt mehrere nach oben. Direkt drauf, ne? Ja. Noch einen nach oben. Noch einen? Sicher. Huch. Ähm. Links. Ist es zumindest so. Okay. Also so. Ja. Gut. Darf man jetzt nur die ersten zwei stehen lassen. Genau. Jetzt einen nach rechts oben und da drüber einen. Genau. Jetzt einen nach rechts oben. Einen nur. Genau. Und jetzt einen nach rechts oben und einen da drüber. Und jetzt einen nach rechts oben und dann der lange Weg. Jetzt sind wir wieder richtig. Genau. Ups. So. So. Zwei haben wir davon schon. Ja. Vom Aller-Datter-Regen. Besser kann es nicht werden. Vom Aller-Datter-Regen. Es wäre echt mal. Ich weiß nicht wie stressig das ist. Aber so ein Übergang. Weißt du. Zwischen Nicht-Regen und Regen. Irgendwie wäre der mal ganz angenehm. Hm. So. So solltet aussehen. Du hast keine Leitern mehr, oder? Ja. Möglich. Erde sieht man von hier aus nicht so gut, weil der Hintergrund auch Erde ist. Keine mehr hier. Okie dokie. Dann... Außen Arbeit. Wird das. Ich glaube, hier liegen noch ganz viele. Ach ja, das sind die, die ich hab fallen lassen. Starten wir mal. Operation. Deine Mutter. Willst du das jetzt... Aua. Willst du das jetzt zumachen erstmal? Exactly. Mit was denn? Mit gutem Stein. Dann willst du also auch noch die Erde wegmachen dazwischen. Ich will die Erde wegmachen dazwischen. Nicht? Hast du schon einen guten Stein, oder soll ich nochmal welchen suchen? Guck mal in unseren Ofen. Dann bringe ich welche mit dem SIG 9 rein und nimm den Leben hier mit. Ich möchte die Umrisse auffüllen, ja. Du bist gerade, äh, ein bisschen laut am Schnaufen. Entschuldigung. Jetzt. Äh, ja, jetzt höre ich nichts mehr. Ich bin für eine bessere Tatsache. So. Hier, Konzeptzeichen kann weg. Ich bin für 2 лож. Und für Sie hin. Ich bin für 20 Euro. Und los am Str لي. Die schnaufen hat einmal aus. sind ja, das ist ja auch. Youoi.